Das ist ein gewöhnliches Spiel. Ja, das ist ein tolles Spiel. Kelefisch. Yo, 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 euer Kiki hier. Willkommen zu einem neuen Video. Und zu einer neuen Episode von Road to Grandmaster. Letztes Mal hatten wir verloren. 3 gegen 4 gespielt. 58 Kills haben nicht gereicht. Mal gucken, ob wir heute ein besseres Match finden. Und bitte kein S&D, ich hasse S&D in League Play. No Games Found, das ist natürlich sehr schön. Natürlich logisch, wenn ich ein Live Commentary mache, finde ich, das spielt kein Game. Super. Toll. Ah, da haben wir noch eins. So. Und da kommt natürlich S&D auf Defender. Bravo. Hätte ich mal nichts gesagt, wäre bestimmt kein S&D gekommen. Oh, Gott, 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 Gott. Oh, Gott, 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 Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott, Gott, Gott. Oh, Gott, Gott. So before? Ah, ich werde dir die schon mal los Ich glaube, diese Map noch nie ist in die Gezockt. Mal schauen. Da haben wir schon mal einen. Da haben wir den zweiten. Ich bin der einzige. Super. Ging zwei. Ich hoffe, die haben mich ahead und nicht auf 10.000 und Sound holen mich hier. Oh, da höre ich doch die Bombe. So. Da war doch... Ich dachte schon, der kommt doch weg, ey. Das wäre dann Sponjihausen gewesen. Und schon wieder drei gegen vier oder was? Meine Fresse. Das gibt es doch nicht. Ich muss das echt so machen mit Black Ops Zeit, dass man bestraft bin, wenn man das Spiel quertet bei League Play. Meine Güte. Ja. Das haben wir die Bombe. Schauen. Ich bin das. Ich bin der Film. Ich darf einfach nicht sterben, sonst ist glaube ich auf der anderen Seite kein Verlass. Mal gucken wir haben jetzt einen neuen Spieler bekommen. Tsunami Warning. Nice, nice kill. Blacken wir die mal. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Das war so scheiße. Das war beschissen. Jetzt suchen wir mal wieder die B-Bombe. Ich kenne die Map nicht mal richtig ey. Da haben wir vierten Spieler, komm bleib mal drin bitte. Mein Kill, mein Mann. Ach nee. Okay. Okay. Wir haben das Spiel verloren, aber es ist nicht vorbei. Was? Ja, das ist SD, ey. Ich spiel nicht, ich krieg die. Ich bin nicht mehr raus. Das ist auch scheiße, Alter. Hey, guck mal, guck mal. Ich habe eigentlich keine Angriff. Habe ich nämlich acht Tage Spielzeit wieder? Also, da kommt nicht mehr Spielzeit auf dem Aufpass gespielt. Ja, Aufpass habe ich einmal in meinem Leben gespielt, glaube ich. Oder zweimal. Interessant, interessant. Interessant, interessant. Ja komm, sponge doch nicht so. Ist das dein Ernst? Meine Güte, Alter. Welche Lootix würde ich jetzt rumschreien? Das ist da, ich sehe mich nicht mehr. Ah, ich gehe eine Runde schwimmen. Nice. Well played, well played. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hin soll eigentlich, ja. Ich habe immer den gleichen Weg. Bei da war. Lachen. Das ging zwar. Dazu sag ich mal gar nix. Einfach mal gar nix. Und aber der letzte und der Raid mich nicht. Oh mein Gott. Ich hoffe ich werde dich wieder geraped wenn ich in die Mitte gehe. Ja sauber. Nice flank. Oh. Und er. Ja. Nice cozy. Nice cozy. Bravo. Jopp. Schieß doch gegenseitig ab. Genau. Oh. 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 Das ist einfach nur Hide and Seek hier, wenn es nicht Kompetitiv ist, ein Kompetitiv-Match. Oh, ich muss den mal muten. Da ist er, da ist er immer in der gleichen Ecke und macht es hier alle. Die Bombe wurde verletzt. 1V2, Bombein. Freundliche UAV, hier oben. Oh, 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 oh. Fuck. Unlucky, bruh. Aber nicht. Was haben wir in der ersten Publikum? Wir haben die Bombe verloren, aber es ist nicht los. Auf den Sự Flas. Seek und destroy. Einfach nur ballern, ey, und dann kommt S&D. Meine Jede. Schwette, der eine, ne, von vorhin, da bestimmen wir dir die gleiche Pose. Klai. Klai. BAM 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 Wir sind in Kontrolle und bis zum nächsten Mal Euer Quickie